Und gleich kommen alle Menschen raus. Auch wieder, oder? Hat sie uns ja gesagt, die Alte. Die hat gesagt, da wären die Menschen, ja. Ohhhh, Penis! Na, wie du meinst. Aber dann schauen wir mal, was wir da vorhin finden. Juhu, jemand zuhause. Naja, keiner hier. Hä? Ich hab da was entdeckt. Ihr habt's geschafft! Die Menschen! Das Testen hat sich gelohnt. Aha, die sind alle im Hyperschlaf. Diese Testsubjekte. Oh mein Gott. So viele Tests. Da freut sich gleich aus, hä? Die Wissenschaft dankt euch. BTF. For the win. Hä? Mh. Wuhu! Kascha hofft! Yeah! Yeah! Da, 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 da. Es gibt noch mehr Arbeit. Nie genug feiern! Wuhu! Ey! What? Nun zur Wissenschaft. Na toll. Sie demoliert uns schon wieder. Und. Ja. Ich glaub das war's jetzt. Jetzt müsste nur noch der Abspann kommen. Cool. Oh! Mein Bruder sagt auch schon immer cool. Ja, sag ich. Ja klar. Ja. Und jetzt braucht es hier nur einen Häuschl nach unten fertig. Genau. Wuhu! Boah, jetzt hab ich sogar ich die Fliege gehört. Wenn ich die Fliege? Ich hab ne Fliege gehört sollen. Ah ja sorry, die ging grad an der Cam. Achso. Also ich hör Fließbänder. Das lädt grad noch. Wir sind am aufnehmen. Ich hab mich auf den Sack. Ich hab mich auf den Sack. Wir sind am aufnehmen. Na? Kann ich nicht. Ja, ich muss jetzt leider weg Guckt euch den Abspann mit mir Ja, genau, also ich mach Ich mach grad noch ein bisschen, ja Ich nehm's einfach mit auf, dann guck ich's mir nachher noch mal an Genau, und wenn, dann wirst du's aus dem wenigst hochladen Wird zwar noch ne Zeit lang dauern, aber naja Ich kann dir dann auch erzählen, was passiert ist Okay Also ich kann ja so lang noch weiter kommentieren, okay? Okay, ciao, bis gleich Bis gleich Also Meine Liebe Zuschauer, das war Unser, unser Let's Play Together Von Pure LP Now Und 93 Chobo Ja, sehr schön, Kledos Es hat lange gebraucht Es war aber auch wirklich sehr aufwendig, hier hinzukommen Aber es hat uns beiden Super Spaß gemacht Ja, danke Kledos, Blabbermaul Es war ja unser erstes Ah ja Also was können die noch erzählen Es war unser Na Ich komm mir gar nicht zum Erzählen Also Von Pio Von Danny und mir war das unser Ist er da Ist er da? Sauderer Aha So, ich komme angeflogen Ja, Kledos hat mich hier die ganze Zeit unterbrochen Das war blöd Also ich hab grad gesagt, das war jetzt unser Let's Play Together Und Und eben, dass es unser erstes gemeinsames Projekt war Das hab ich erzählt Leute, wollt ihr noch mehr Schwachsinn? Äh, ich hab grad Du hast mich grad nicht gehört, oder? Hä? Du hast mich grad nicht gehört, weil Ich hab grad wiederholt, was ich den Zuschauern schon erzählt habe Jetzt kann ich's für dich nochmal wiederholen Also Kledos hat mich jetzt die ganze Zeit unterbrochen Ich konnte gar nicht viel erzählen, aber Aber was ich erzählt hab, war eben, das war unser Let's Play Together Und das ist unser erstes gemeinsames Projekt war Ängstlich Das hab ich bisher erzählt Achso, du nimmst noch auf? Ja, ich nehm noch auf Der Abspann, der ist mit dabei Das mag ich Ich Ja Ich könnte es abbrechen, aber ich lass es Weil vielleicht kommt ja noch was am Schluss Einer nicht Also Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir in Let's Play Together Ja Weil ich glaube von Wenn's Und wenn ihr denkt Euch hat's auch gefallen Dann hab ich gute Nachrichten Es gibt nämlich Es gibt nämlich für den Co-Op-Modus Ja, danke Kledos Hör auf mich zu unterbrechen Für den Co-Op-Modus von Porte 2 Gibt's noch eine Erweiterung Die nochmal Sechs Abschnitte umfasst Und die werden wir sicher irgendwann mal in Zukunft aufnehmen Oder? Was meinst du? Klar Wir werden dann halt eben schauen Wie gut dieses Let's Play Together angekommen ist Und dann Werdet ihr vielleicht nochmal ein weiteres von uns sehen Oder eben bei einem Irgendeinem anderen Spiel Weil wir sind gute Freunde Nicht nur Let's Play It Kollegen Und da werden wir sicher noch viel miteinander zu tun haben Hm? Hoffe ich doch Ja, hoffe ich doch auch Und ich frag mich jetzt wie lang der Ähm Wie lang der Äh Abspann noch geht Sehr lange Das sind ja alle Namen von den Äh Machern Ah ja Also ich würd sagen Wir könnten auch an Hm Was ist jetzt eigentlich Den Ich glaub wir zeigen unseren Zuschauern noch den Nach den Bonusraum Okay und dann können wir irgendwas noch zum Abschluss sagen Zum Krönenden Abschluss Ah Oh 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 Deiner Bruder ist auch schon so Porten 2 sucht die Boah WTF Wir teilen schon Drei Stunden Wie was Wir spielen jetzt schon wieder fast drei Stunden Ja Das hat ja zeitlich gut gepasst Weil ich hatte heute Abend noch was vor Was anderes als mit meinem Vater Hm Der wird jetzt wahrscheinlich dann auch bald kommen Okay sie laufen und laufen und ja Ich höre nichts Ah jetzt So Da sie alle Teststrecken abgeschlossen haben Wurde ihnen die Sicherheitsstufe C zugewiesen C Oh Pausenräume Nett Also Ja Voilà Ach falsche Taste Yeah Also wer Wir Ja 1731 Bist du noch da Geht dein Headset noch Ähm Ja Irgendjlaub Ich höre dich noch Ne ich höre dich nicht Ähm Headset Leer Hier Das Ding hat sich aufgegangen Meine Webcam Oh Ja jetzt höre ich dich wieder Also Warte mal eben Entschuldigung fürs laute Herz Ne ne macht nichts Ne ne macht nichts Benutzt jetzt mein anderes eben Okay Also wir zeigen euch gerade nur noch den Den Zusatzraum und dann würde ich sagen beenden wir dieses Let's Play Together endgültig Kommst du Hallo Ja Ja das geht schwer ich halte jetzt rechts das Mikrofon in der Hand Achso Die Webcam ist jetzt irgendwie überlastet oder so ein Scheiß Deshalb machen wir das jetzt erstmal Gut Und du links ich rechts und bam Denn darauf sind wir mal auf Zufällig gestoßen dass man hier noch weiterkommt So So wie ihr seht Warnung extra kurzes Spiel nach der Hauptkampagne Hier können Kunsttherapie Genau Abschnitt 6 Achso Ich hab's falsch verstanden Also der Danny hat jetzt gerade noch Probleme Ich erzähle gerade noch was zum Schluss Also Wie es aussieht die Kunsttherapie Das sind keine 6 weiteren Abschnitte Sondern das ist Abschnitt 6 Wir haben die 5 Hauptabschnitte gemacht Und jetzt gibt's noch einen 6 Den werden wir sicher auch machen Wenn's jetzt sich nur um einen handelt Werden wir den sicher auch machen Irgendwann in der Zukunft Wenn dieses Let's Play Together schon längst hochgeladen ist Also Seid gespannt Wenn euch das gefallen hat Dann schaut auch auf unseren einzelnen Kanälen dabei vorbei P.O.L.P. Now Und 93 Chovo Sind unsere Namen Wir bedanken uns nochmal fürs Zusehen Bei allen Leuten Wir hoffen es hat euch gefallen Und dann sehen wir uns Irgendwann mal Auf YouTube Tschüss Und Goodbye